Hallo, hier ist Florian von Flavius Adventures. Ich befinde mich jetzt hier in diesem Aussichtspunkt, Ernsthüttenaussichtspunkt. Hier geht es ganz schön steil runter, schon in die Alpkante. Lassen wir jetzt gleich mal die Drohne fliegen und dann gibt es schöne Aussicht noch im Jahresende noch, genau. Und dann gibt es schöne Aufnahmen im Frühling dann wieder und vielleicht noch ein bisschen was vom Winter noch zu sehen. Alles klar, das ist jetzt das Abschlussvideo von diesem Jahr und es gibt noch einen Jahresrückblick, kommt dann auch noch dieses Jahr noch zum Schluss. Alles klar, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, das ist hier die Ernstthalhütte. Hofgut-Übersberg. Die Übersberg-Hofgut geht da hoch und dann geht es zum Hofgut, genau, da ist auch ein Sägefliegerplatz. Und hier ist die Ernstthalhütte, da kann man reingehen und dann gibt es eine schöne Aussicht. So Leute, da hinten ist auch gleich der schöne Bergturm. Da war ich mich mal hingefahren mit dem Fahrrad, davon gibt es leider keine Drohnenaufnahmen. Egal, ich fliege jetzt da mal auch darüber, das sind zwei Kilometer Luftlinie. Und fliegen wir gleich mal darüber und dann sehen wir auch, was da eigentlich abgeht. Alles klar, lass die Drohne steigen und wir sehen noch ein paar schöne Landschaftsausnahmen. Bis dann. 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 Kurzberg-Innenberg. Ah, das ist Kurzberg-Innenberg hier noch. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet genau so viel Spaß wie ich. Und es gibt natürlich einen Jahresrückblick noch zu sehen. Da kommt es auch in den nächsten Tagen noch. So, das war jetzt das letzte Video von diesem Jahr und extra gibt's noch weitere spannende Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Florian. Und vergiss nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen. Bis dahin, bis zum nächsten Abenteuer. Bis zum nächsten Mal.